Hey, kennst du den auch? Du sitzt so daheim im Büro und musst etwas postischen und hast aber keine Postitsche daheim. Darum gehst du in die Papeterie und kaufst dir so eine ganze Familienpackung Postitsche. 10'000 Postitsche. Dann gehst du daheim und fangst so dein Zeug an ablegen und du überlegst mir so, Moment mal, wie oft brauche ich eigentlich so einen Postitsche? Sehr selten, vielleicht so zweimal in der Woche, also im Jahr allerhöchstens 100 Postitsche. Und dann denkst du, Moment mal, ich habe 10'000 Postitsche. Ich werde die Postitschachtel in meinem Leben nie fertig machen. Ich werde schon längstens tot und verweset sein und die Postitschachtel wird immer noch bei mir im Haus stehen. Ich habe mir meinen eigenen Tod ins Haus geholt in Form von einer Postitschachtel. Und dann denkst du, okay, was mach ich? Vielleicht muss ich jetzt einfach so viele Postitschen wie möglich. Vielleicht kann ich dann mein Leben verlängern. Kennst du auch? Nicht? Ja, ich auch nicht. Ich brauche auch eher Büroklammern. Das ist Radio SRF3. SRF3. Das ist Radio SRF3. Das ist Radio SRF3. 20 f brewst tavalla.